Erinnert ihr euch noch an dieses Video? In diesem vom DFB hochgeladene YouTube-Video spielen die beiden Nationalspieler und Bayern-Profis Leon Goretzka und Thomas Müller gegeneinander Stadt, Land, Fluss. So weit, so gut, war eigentlich alles in Ordnung. Bis dann aber nach mehreren Spielrunden der Buchstabe H im Spiel drankommt und es dann bei der Kategorie Land zu einer heftigen Diskussion kam. Ja, ich hab... Nee, sag ich nicht. Stadt Hamburg. Hamburg. Land hab ich ganz. Holland. Das ist auf gar keinen Fall richtig. Das ist auf gar keinen Fall richtig. Wieso? Weil das die Niederlande ist. Holland ist ein Bezirk in der Niederlande. Also dann muss man, dann gilt das nur für D. Kannst ja nicht... Für D? Niederlande ist dann kein Land, sondern die Niederlande? Das ist wie bei Toten Hosen. Ist das dann bei D oder bei T? In diesem kurzen Ausschnitt hat sich Leon Goretzka darüber beschwert, dass Holland als Land nicht richtig wäre und dass Holland ein in Anführungszeichen Bezirk von den Niederlanden wäre. Thomas Müller daraufhin sagte, dass er mit Holland die Niederlanden meinte und dass beide eigentlich dasselbe oder das gleiche ist. Genau dieser Clip ging vor ein paar Tagen auf TikTok viral und einige User auf dieser Plattform haben sich in den Kommentaren darüber echofiert, dass Leon Goretzka übertreibe, ein schlechter Verlierer sei oder dass Holland nur ein anderes Wort für die Niederlande sei. Ich muss aber Thomas Müller und die TikTok-Kinder in den Kommentaren leider enttäuschen. Denn die beiden Begriffe Holland und Niederlande haben beide zwei deutlich unterschiedliche Bedeutungen. Für diejenigen, die nicht wissen, wo der Unterschied zwischen Holland und die Niederlande ist, erkläre ich es euch mal kurz. Holland ist eine Region im Land der Niederlande und besteht aus den beiden Provinzen Nordholland und Südholland. Die Niederlande dagegen besteht aus zwölf Provinzen und darunter sind auch die beiden holländischen Provinzen Nord- und Südholland. Demnach ist Holland nicht das gleiche wie das Königreich Niederlande. Das heißt, wenn du wieder von NRW über die Grenze nach Enschede fährst, um Cannabis, ich meine, um Fla heimlich über die Grenze zu schmuggeln, dann warst du nicht in Holland, sondern in den Niederlanden gewesen. Nicht in Holland, sondern Niederlande. Für diejenigen, die den Unterschied immer noch nicht merken, ein kurzes Beispiel. Das ist so, als würdest du die drei Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen alle Sachsen nennen und am Ende nennst du ganz Deutschland Sachsen. Das ist der Unterschied. Und Menschen, die behaupten, dass Holland und die Niederlande trotzdem das gleiche ist, die sagen bestimmt auch zu USA, Amerika, zu Großbritannien, England oder dass Bern die offizielle Hauptstadt der Schweiz ist. Digga, ich hasse solche Menschen, Kappa. Um den Unterschied zwischen Holland und den Niederlanden zu verdeutlichen und weil ich auch ein Fußballkanal bin und kein Geografiekanal bin, machen wir genauso wie beim legendären Aldi Nord vs. Aldi Süd Video wieder eine komplett dämliche Top F daraus. Im Team Holland kommen nur Spieler aus der Region Nordholland, Südholland, Den Haag und Amsterdam. Im Team der Niederlande kommen nur Spieler außerhalb der beiden eben genannten Regionen. Und am Ende könnt ihr als Community in den Kommentaren entscheiden, welche Mannschaft, ob die Mannschaft der Holländer oder der Mannschaft der Niederländer, besser wäre. Los geht's! Beginnen wir mit der Nationalmannschaft der Holländer. Im Tor der Holländer habe ich den 39-jährigen Stammtorhüter der richtigen niederländischen Nationalmannschaft mit 63 gespielten Länderspielen, Martin Stegnenberg von Rekordmeister Ajax am Saddam. Dann weiter geht's. In der Viererkette als Rechtsverteidiger habe ich Denzel Dumfries von Pace W. Eindhoven. Daneben in der Innenverteidigung habe ich Matthijs Nillig von Juventus Turin und direkt daneben auch als Innenverteidiger Stefan de Frey von Inter Mailand. Der Linksverteidiger in dieser Mannschaft ist der 30-jährige Dele Blind von niederländischem Rekordmeister Ajax am Saddam. Im zentralen Mittelfeld habe ich Frenkie de Jong von Barca und Wijnaldum von Paris Saint-Germain. Im zentralen offensiven Mittelfeld habe ich den Messerkünstler Prinzi Prömes von Spartak Moskau. Rechts außen habe ich den noch jungen Steven Bergwijn von Tottenham und links außen habe ich Demfries Depay vom FC Barcelona. Zu guter Letzt im Sturm habe ich den 22-jährigen Youngstar Donley Marlin von Borussia Dortmund. So, dann kommen wir zur Mannschaft der Niederlande. Im Tor der Niederländer habe ich den niederländischen Stammtorhüter der Weltmeisterschaft 2014, Jasper Chilsen von Valencia in der Serie A. Dann kommen wir zur Abwehr. Dort habe ich in der Dreherkette als Innenverteidiger den 20-jährigen Talent Jurien Timber von Ajax am Saddam. Daneben habe ich den Vize-Weltfußballer von 2019, Wirtel van Dijk vom FC Liverpool. Und zu guter Letzt habe ich Daley Sinkraven vom Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen. Im zentralen Mittelfeld habe ich Donny van de Beek von Manchester United und den 19-jährigen Juwel Mohamed Ihataren von Sampdoria Genua. Im zentralen offensiven Mittelfeld habe ich den 29-jährigen Steven Berkusen, der dieses Jahr vom Konkurrenten Feyenoord Rotterdam zur Hauptstadt nach Amsterdam gewechselt ist. Im linken Mittelfeld habe ich Hans Harteboer von Atalanta Bergamo. Und im rechten Mittelfeld habe ich den eigentlich für Marokko spielenden Hakim Ziyech vom Champions League Sieger FC Chelsea. Zu guter Letzt in der Angriff-Doppelspitze habe ich zwei bekannte Sturmlegenden des VfL Wolfsburg. Der erste Stürmer ist Bastos vom belgischen Meister Klub Brügge. Und direkt daneben haben wir Wout Weckhorst, der sogar aktuell noch für den VfL Wolfsburg in der Bundesliga stürmt. So, jetzt seht ihr beide Aufstellungen nebeneinander. Links die der Holländer und rechts die der Niederländer. Wenn ihr die Mannschaft von Holland besser findet, dann schreibt Hashtag Team Holland in die Kommentare. Wenn ihr die Mannschaft der Niederlande besser findet, dann schreibt Hashtag Team Niederlande in die Kommentare. Ich persönlich, wenn ich mich entscheiden müsste, finde ich das Team der Holländer besser. Aber das ist halt meine Meinung. Eure Meinung könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Jetzt gucken wir mal, vielen interessiert es auch, wie würde die Liga von Holland und die Niederlande aussehen. Machen wir mal einen Schnelldurchlauf. Ich sage nochmal, jede Liga hat 10 Mannschaften Minimum. Beginnen wir an mit der Liga der Niederlande. Dort habe ich Twente Entschitte, Herakles Almelo, FC Groningen, FC Utrecht, PEC Zwole, SC Harreven, Gohead Angels, Paceway Eindhoven, Willem II Thielburg und Fortuna Sittard. So, das wäre die Liga der Niederlande. Hier, klar, Paceway Eindhoven, die Topmannschaft in der Liga. So kommen wir jetzt zu der holländischen Liga. Dort dabei ist Sparta Rotterdam, Feyenoord Rotterdam, Ajax Amsterdam, Excelsior Rotterdam, Den Haag aus der 2. Liga, FC Voldendamm aus der 2. Liga, Telstar 1963 aus der 2. Liga, FC Dortrecht aus der 2. Liga, VV Nordwijk aus der 3. Liga und Amsterdam FC aus der 3. Liga. Hier finde ich, hat man klar in der Spitze mit Feyenoord Rotterdam und Ajax Amsterdam die beste Spitze von den beiden Ligen. Aber nach unten wird es halt sehr, sehr knapp, wenn es um die Qualität geht. Meiner Meinung nach ist die Liga der Niederlande dort die bessere. Ja, Leute, welche Liga findet ihr besser? Schreibt rein, Liga, also Hashtag Liga Niederlande und Hashtag Liga Holland. Und schreibt auch dazu, welche Mannschaft euch besser gefallen hat, Hashtag Team Holland oder Hashtag Team Niederlande. Abonnieren, liken nicht vergessen. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal.